Die 5 besten 4-räderigen Motorräder für Kinder Dieses Eichhorn 100.039.027 Constructor Große Lock, 100-teilig, Holz-Konstruktions-Set ist ein wunderbares Spielzeug für meine Kinder. Es ist aus FSC 100% zertifiziertem Buchenholz hergestellt und in Deutschland hergestellt. Es hat vier verschiedene Modellvarianten, die meine Kinder gerne bauen und spielen. Sie lieben es, verschiedene Konstruktionen zu bauen und ihre Kreativität zu nutzen. Es ist ein sehr langlebiges und robustes Spielzeug, das sie immer wieder gerne spielen. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe dieses La Baby Kinder Lauflernhilfe Holz-Rutsch-Auto-Vierrad-Push-Spielzeug für mein 1-jähriges Baby gekauft und bin sehr zufrieden. Es ist ein sehr schönes und robustes Holzspielzeug, das mein Baby liebt. Es hilft ihm, sein Gleichgewicht zu trainieren und seine motorischen Fähigkeiten zu verbessern. Es ist auch sehr einfach zu bedienen und mein Baby kann es sehr leicht steuern. Es ist auch sehr sicher und hat ein schönes Design. Ich würde es jedem empfehlen, der nach einem hochwertigen und sicheren Spielzeug für sein Baby sucht. Ich habe die Gratom Auffahrrampe extra lang gekauft und bin sehr zufrieden. Sie ist aus Aluminium und kann bis zu 340 kg tragen. Die Rampe ist 228 cm lang und 30,5 cm breit, was sehr praktisch ist, da sie leicht zu transportieren und zu lagern ist. Sie ist auch sehr robust und langlebig. Ich habe sie für mein Auto und mein Motorrad benutzt und sie ist sehr einfach zu bedienen. Ich kann sie jedem empfehlen, der eine hochwertige und langlebige Rampe benötigt. Ich habe kürzlich die Gratom Laderampe Aluminium, Laderampe Faltbar, 228 x 30,5 cm, 340 kg Laderampe Auffahrrampe Motorrad Klappbar, Laderampe Treppe gekauft. Ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Es ist sehr robust und langlebig. Es ist auch sehr einfach zu installieren und zu benutzen. Ich kann es für mein Motorrad verwenden, um es auf meinen Anhänger zu laden. Es hilft mir auch, mein Motorrad sicher zu transportieren. Ich empfehle dieses Produkt jedem, der eine Laderampe benötigt. Es ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich habe die Gratom 340 kg Laderampe Klappbar Auffahrrampe für Anhänger Aluminium Motorrad ATV Quad PKW Auto für Laderampe 228 x 30,5 cm, 1 Stück bestellt und bin sehr zufrieden damit. Die Rampe ist sehr robust und stabil, sodass sie eine Last von bis zu 340 kg tragen kann. Der Aufbau ist einfach und schnell. Die Rampe kann leicht gefaltet und transportiert werden. Sie ist auch sehr langlebig und kann viele Jahre verwendet werden. Ich empfehle es jedem, der eine robuste und langlebige Laderampe sucht. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.